Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich wieder einen wirklich XXL Action Haul für euch. Ich war gestern bei Action und habe viel zu viel gekauft, was ich eigentlich gar nicht brauchte. Aber irgendwie, ihr kennt es, wenn man bei Action ist, dann kauft man doch immer mehr als man eigentlich will. Aber ich habe ganz, ganz tolle Sachen gefunden und die möchte ich euch heute zeigen. Ich freue mich, dass ihr das Video wieder angeklickt habt und Lust auf einen kleinen Haul habt. Falls ich ein bisschen nervös bin heute, es ist jetzt 10, um 13 Uhr haben wir die Hausübergabe. Ich heule, ich bin emotional, I can't. Ich habe noch mein Schlafanzug-T-Shirt an, ich muss mich jetzt ablenken und deswegen dachte ich, drehen wir diesen Haul. Also, ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid. Einige Sachen habe ich tatsächlich schon im Auto gelassen, die ich gestern bei Action gekauft habe, weil ich keinen Parkplatz bei mir vor der Tür gefunden habe und ich das nicht hier reinschleppen wollte und dann wieder zurückschleppen wollte. Ich habe einen Grünspan-Entferner gekauft. Ich habe mir ja vor drei, vier Wochen bei Action einen Kärcher geholt, um unsere Terrassen ein bisschen sauber zu machen und die Auffahrt und wie heißt das? Da, wo die Autos reinfahren. Die Auffahrt. Und das möchte ich jetzt übers Wochenende so ein bisschen sauber machen und habe in dem Action einen Grünspan-Entferner geholt. Des Weiteren habe ich Utensilien zum Streichen mitgenommen, Abdeckfolien, Farbrollen, Farbwannen, so ein bisschen was. Farbe hatte ich ja neulich mit Danny schon gekauft und die ist auch tatsächlich schon im Auto. Ich habe gestern das ganze Auto vollgeladen und freue mich, wenn es jetzt endlich losgeht. Hier sind aber ein paar Sachen drin, die für euch vielleicht ganz spannend sein könnten, denn es ist wieder viel Beauty und Pflege mit dabei. Ich würde vorschlagen, wir starten. Falls ihr neu seid, würde ich mich selbstverständlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Euch kostet es nichts. Mir bedeutet es die Welt. Ich lade seit vier Jahren drei Videos die Woche hoch, habe noch nie eins ausfallen lassen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in Zukunft auch die Videos nicht verpasst. Wir starten mit dem ersten Produkt. Das finde ich ganz spannend. Das war neu von Max & More. Das ist ein Tattoo Brow, Eyebrow Peel-off Gel. Erinnert mich so ein bisschen an die, die es vor zwei, drei Jahren mal gab. Catrice hatte welche. Ich glaube, Maybelline hat auch noch welche, die recht gut sind sogar. Und Max & More hat jetzt auch eins mit rausgebracht. Ich habe das in der Farbe Dark Brown mitgenommen. Wir werden auch demnächst so einen, ja nicht ganz in Full Face, aber einige Max & More Produkte austesten. Und falls ihr Max & More kennt, schreibt mir gerne eure Erfahrungsberichte mal in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ja auch Produkte von Max & More, die euch wirklich gut gefallen. Dann fahre ich dann nochmal rüber zur Action und hole vielleicht das ein oder andere Schätzchen noch. Dann habe ich hier ein Duschgel mitgenommen. Das gibt mir immer so um America Vibes bei Action. Diese XXL-bottiche Duschgel und Shampoos und was gab es da? Buttermilch zum Baden und alles mögliche. Das ist von Natural Honey. Das ist ein Sensorial Care Duschgel mit Arganöl. Und ich liebe den Duft von Arganöl. Ich finde, das riecht immer nach frisch gewaschener Wäsche im Urlaub. Ganz zart, ein bisschen pudrig. Rucht gut. Wie gesagt, ich habe vier von diesen XXL-Tüten vollgemacht. Mit Haushaltssachen auch. Ich glaube, ich habe 60 Euro oder so ausgegeben für die Menge an Produkten. Also das durfte einmal mit. Dann habe ich ein paar Snacks mitgenommen, die ich auch jetzt gleich mit ins Haus nehme zur Übergabe. Wir werden vermutlich heute sogar schon die erste Nacht dort schlafen, um einfach vieles zu schaffen. Wir haben ja jetzt am Wochenende hier 34 Grad und wir wollen die Zeit nutzen, um das Haus zu streichen, dass das auch wirklich alles richtig schön ausdünsten kann, bevor wir wirklich einziehen. Also habe ich mir hier getrocknete Ananas-Stückchen mitgenommen, ohne zusätzlichen Zucker. Ich mag das eigentlich ganz gerne morgens im Joghurt oder im Müsli. Habe ich auch irgendwo, ist noch was anderes. Das fand ich, sah so lecker aus. Fudge Vanilla von Marandi. Habe ich noch nie gesehen. Das ist auch ein Snack. Ich glaube, das wird Danny sehr gut schmecken. Wollen wir es mal probieren? Oh, das sind so wie die Milchmäuse. Kennt ihr die? Schau, ein Kleister. Wow. Okay, das war viel zu lecker. Das ist das Problem. Ich kaufe ja selten Süßigkeiten, weil ich nicht so die Süßigkeiten-Maus bin. Ich weiß, Danny mag das dann auch ganz gerne. Ich esse lieber eher so Chips und so Brezeln und so. Aber das war jetzt wirklich überragend lecker. Lecker, was ebenfalls überragend lecker ist. Und das war auch der einzige Grund, warum ich wieder zu Action gefahren bin, um den ganzen Bestand mitzunehmen, der dort war. Und zwar ist es diese Soße, diese Zwiebelsoße, Yummy Sauce. Freunde, diese Soße hat einen Oscar verdient. Ich habe acht Flaschen davon mitgenommen. Die halten Ewigkeiten und die sind natürlich schweinemäßig ungesund. Aber die sind so, so lecker. Ja, zu Kartoffeln, zu Fleisch, zu Fisch. Du kannst ja so essen. Die ist so lecker. Acht habe ich davon mitgenommen. Es tut mir leid, Action. Dann habe ich für Danny ein Parfum mitgenommen. Eigentlich war es eher nur so ein Spaß-Parfüm von Mustang. Danny fährt ja ein Mustang und da gab es tatsächlich so ein Mustang-Parfüm. Hat, glaube ich, acht Euro gekostet. Acht oder neun Euro. Und das war der einzige Duft, bei dem es keinen Tester gab. Also musste ich es kaufen, ohne zu riechen. Habe zu Hause gerochen und das finde ich ehrlich gesagt gar nicht schlecht. Hat mir gut gefallen. Ich glaube, es wird ihm auch gefallen. Dann habe ich hier fürs Haus ein Salat-Besteck mitgenommen. Ich habe eins von, weiß ich nicht, das ist aus Plastik. Und ich habe das einmal in die Spülmaschine gemacht. Und habe auf 60 Grad gewaschen. Weil ich die ab und zu, so alle zwei Wochen, lasse ich die einmal richtig heiß durchlaufen, dass sich alles löst. Und habe die vergessen. Und dann sind die geschmolzen. Und die sehen halt auch jetzt nicht mehr so schön aus. Deswegen habe ich die mitgenommen. Die sind aus Edelschnall mit so einem Griff. Gab es auch noch in Holzoptik. Ich fand die jetzt aber gar nicht schlecht. Und die waren halt auch echt günstig. Darüber habe ich mich tierisch gefreut. Ärgere ich mich ein bisschen, dass ich davon nicht mehr mitgenommen habe. Das ist Kokoswasser ohne Zucker. Ich kaufe das meistens bei DM und das ist echt teuer. Ich habe das, ich habe das als Teenie, habe ich das getrunken. Weil ich das gesehen habe, dass Rihanna das getrunken hat. Und ich wollte auch immer das haben, was Rihanna hat. Wow. Und sie hat Kokoswasser getrunken. Und seitdem habe ich eine krankhafte Obsession mit Kokoswasser im Sommer. Eiskalt, Eishürfel rein. Und das ist eine andere Erfrischung als Wasser. Man muss den Geschmack mögen. Ich liebe den. Vor allem, wenn es richtig, richtig eiskalt ist und draußen richtig heiß. Du hast hier halt natürlich noch Mineralien mit drin und Inhaltsstoffe, die, wenn es richtig heiß ist, gut sind. Und auch das werde ich jetzt gleich mit ins Haus nehmen. Einfach, weil es 36 Grad fast werden. Und ich glaube, dass ich damit wirklich ein bisschen mitkomme. War wirklich günstig. Ist ein Liter drin. Ist viermal so viel wie bei DM und hat nur ein Bruchteil davon gekostet. Ich weiß nicht, wie es schmeckt. Ich werde es euch sagen. Aber Kokoswasser muss immer mit. Okay, dann habe ich hier von Max & More Make-Up Pencils mitgenommen. Die fand ich sahen echt spannend aus. Vor allen Dingen diese pastelligen Farben habe ich so auch noch nicht viele hier. Ich glaube sogar gar nicht. So schwarz, braun und grau habe ich. Aber in diesem Blau und Orangengelb fand ich für den Sommer vielleicht jetzt ganz spannend. War auch wirklich günstig. Das sind insgesamt sind das zehn verschiedene Farben. Finde ich super. Dann habe ich das hier mitgenommen. Das riecht so toll. Das ist ein Fresh Ambience Pure Breeze and Floral Vibes. So ein Braumerfrischer. Ich rieche nichts. Jetzt rieche ich was. Riecht toll. Riecht ein bisschen pudrig. Ich mag diese orientalischen Düfte sehr, 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 sehr gerne. Und das riecht so ein bisschen danach. Und auch das will ich mit ins Haus nehmen, dass einfach schon mal ein bekannter Geruch da ist. Wir haben das Haus ja komplett möbeliert übernommen. Und das riecht natürlich nach jemandem, der nicht wir sind. Und um da so ein bisschen Heimeligkeiten reinzukriegen, habe ich so ein paar Duftstecker mitgenommen. Und ein paar Kerzen habt ihr mir empfohlen. Ich hatte euch bei Instagram gefragt, was ich alles mitnehmen soll. Und habt ihr mir gut geholfen? Dann habe ich viel Food mitgenommen. Total ungesund. Ich weiß. Aber da wir noch nicht wissen, wie funktioniert alles, habe ich einfach verschiedene Fertiggerichte mitgenommen. Einmal Spaghetti mit Tomatensauce. Zwei Minuten in der Mikrowelle. Wir haben nämlich eine Mikrowelle dort. Penne Carbonara. Da bin ich gespannt. Pasta Fusilli mit Pesto. Es ist total ungesund. Aber ganz ehrlich, ich bin kein Health Account hier der gesunden Ernährung und so. Offensichtlich sieht man, dass ich mich nicht gesund ernähre. Ich probiere es und meistens klappt es auch. Aber ganz ehrlich, ich habe nach einem 14-Stunden-Tag, habe ich nicht auch noch Bock, mich noch zwei Stunden in die Küche zu stellen. Manchmal muss es halt auch schnell gehen. Das ist das einzige Süße, was ich wirklich über alles liebe. Reese's. Peanut Butter Cups. Ich habe die klein genommen, weil dann fühlt man sich immer nicht so schlecht, wenn man... Ich weiß, dass ich nicht so viele Süßigkeiten essen soll, weil ich muss nur an Schokolade denken und ich habe Pickel und ist ungesund. Aber wenn ich so ein Peanut Butter Cup nach dem Mittagessen als Nachtisch, macht mich das total glücklich. Und damit ich nicht diese ganzen großen esse, habe ich die klein mitgenommen. Die Packung hält bei mir vier Wochen so ungefähr, weil ich immer nur ein esse davon. Da habe ich mich echt gut im Griff. Aber ich liebe die. Alles mit Peanut Butter. Da kann ich mich reinlegen. Hier ist noch ein Fertiggericht. Tasty Rice. Gebratener Reis mit Gemüse. Auch für die Mikrowelle. Ich verfeinere die meisten, schneide dann noch ein bisschen frisches Gemüse mit rein. In alle Gerichte übrigens. Also bei den Spaghetti Bolognese schneide ich noch ein paar Tomaten mit rein. Mach frischen Basilikum mit rein. Bei der Carbonara jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber man kann immer viel noch so ein bisschen aufpeppen. Dann habe ich das hier mitgenommen. Das ist diese Plexcare-Reihe. Da hatte ich ja neulich ein Shampoo gekauft bei Action. Und das stinkt nach Erbrochenem, aber es ist sehr, 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 sehr gut. Und ich weiß nicht, warum ich das nicht gemacht habe. Wahrscheinlich, weil ich so viele Sachen gerade offen habe. Das ist Nummer drei. Also es ist wie Urla Plex Nummer drei. Das ist eine Maske für kaputte Haarspitzen. Ich weiß nicht. Oh, die riecht aber toll. Die riecht wirklich, wirklich gut. Überraschend. Okay, bin ich gespannt. Finde ich gut. Und das Shampoo, das stinkt wirklich bestialisch und angenehm. Aber das riecht toll. Gebe ich euch ein Update für. Wird aber wahrscheinlich noch einen Moment dauern, weil ich gerade eine Haarreihe von Way teste. Das ist die Haar, die Friseurin von den Kardashian Jenners. Und die hat eine wirklich gute Reihe mit rausgebracht. Die Sachen sind aber sehr, sehr toll. Und ich probiere gerade so ein paar Tubes für euch rauszufinden. Deswegen durfte das mal mit. Und bis jetzt ist das Shampoo ziemlich gut. Und dafür bin ich tatsächlich auch so ein bisschen zur Action gefahren. Das ist Eliza Jones. Das ist, ich weiß nicht, ob es die hauseigene Skincare-Marke ist von Action. Aber sie ist halt wirklich spottbillig. Und ich hatte das schon vor einem halben Jahr gekauft. Und habe mittlerweile auch echt alles aufgebraucht. Und es gab kein Produkt aus dieser Eliza Jones Reihe, welches mir nicht gefallen hat. Hier habe ich einmal das Hyaluron-Serum. Mag ich super gerne. Ist tatsächlich wesentlich besser als Hyaluron-Serum, als das von Rossmann tatsächlich, die Eigenmarke. Super. Vom Gefühl her, wisst ihr. Also ich kann jetzt nicht beurteilen, ob meine Haut danach super, super fresh ist. Aber Hyaluron-Säure ist ein ganz schwieriges Thema bei mir. Weil manche werden so klebrig und eklig und die hier gar nicht. Dann habe ich das mitgenommen. Und das ist der Superbooster Blemish Control mit Niacinamid und Zink. Und auch das ist besser als das hier von Balea. Das ist auch das Niacinamid-Serum. Ist genau dieselbe Konzentration drin. Ist wahrscheinlich sogar dieselben Inhaltsstoffe mit drin. Ich weiß nicht. Es hat mir damals echt gut gefallen. Aber irgendwie benutze ich das im Moment. Und ich vertrage es gerade gar nicht. Ich kriege extrem viele Pickel davon. Deswegen habe ich jetzt das wieder einmal mitgenommen. Das andere werde ich dann jetzt wegmachen. Das ist super. Und das ist halt echt schön. Ich bin ein großer Fan von Skincare. Ich liebe Skincare. Und ich arbeite auch gerade an meiner eigenen Skincare-Reihe. Aber für zwischendurch oder um seine teureren Produkte so ein bisschen zu strecken. Morgens reicht auch das für 1,49. Dann habe ich das mitgenommen. Das ist ein Öl, glaube ich, gewesen. Oder? Ja, das war diese Öl-Version. Ich finde das tatsächlich auf den Nägeln sehr, sehr gut. Ich habe ja so Probleme mit meinen, wie heißen das, die Haut, die Nagelhaut. Die knibbe ich dann immer weg. Und das sieht dann immer nicht so schön aus. Ich habe hier so ein Nagelöl von Rival Love's Me. Das ist ganz gut. Aber ich dachte mir, ich nehme mal eins, was wirklich für die Haut gemacht ist. Vielleicht ist das dann noch ein bisschen besser. Ich werde mir das mal anschauen. Das ist auf jeden Fall 95% natürliche Inhaltsstoffe. Wir haben Avocadoöl, wir haben Vitamin E, wir haben Mandelöl, wir haben Bita-Carotin und Arganöl mit drin. Und das mochte ich damals auch sehr gerne. Das musste mit. Und falls ihr den Action Oil von vor ein paar Monaten gesehen habt, da habe ich mir so einen ähnlichen Duft mitgenommen. Aber der war in dieser lila Verpackung. Und ich habe mich, glaube ich, vertan. Oder ich habe mich vergriffen. Und das war mir zu blumig. Und das hier ist der Wahnsinn, Freunde. Auch wieder... Oh. Auch wieder so ein orientalischer, pudriger Duft. Mega. Ich nehme das meistens nicht als Parfum. Da benutze ich eigentlich nur noch die Larisé Produkte. Aber die mag ich gerne mal so zwischendrin, um so ein bisschen zu sprayen. Oder auch tatsächlich hier im Studio. Ich verbringe ja sehr, sehr viel Zeit hier oben. Und dann so einen Spritzer von so einem Duft, der wirklich einen Euro gekostet hat. Das tut mir dann nicht weh, wenn ich den in den Raum sprühe und dann einfach gute Laune habe, wenn es gut riecht. Das musste ich mitnehmen für Danny. Da freut er sich bestimmt. Das ist ein Getränk. Candy Can. Sparkling Birthday Cake. Ein Geburtstagskuchen als Getränk. Ohne Zucker tatsächlich. Es wird wahrscheinlich schmecken wie Bubblegum oder so. Keine Ahnung. Ich fand, das war lustig. Und dadurch, dass es keinen Zucker drin hat, habe ich gedacht, kann man das mal mitnehmen. Ich bin halt kein Fan von so süßen Getränken, die so voll mit Zucker sind, dass dann der Mund so ein bisschen klebrig ist. Und ein bisschen kann man ja darauf achten. Und deswegen habe ich das einfach mitgenommen, so als Scherzartikel. Und wir haben ja wirklich noch viele Serien hier. Wir haben ein Collagen Firm Serum. Das habe ich tatsächlich noch nicht gehabt. Das war neu. Oder habe ich jetzt neu mitgenommen. Das ist... Ohne. Warte mal. Das muss ich kurz mal googeln. Ich habe... Also es ist made... Ach ne. Okay. Okay. Alles fein. Ich habe neulich so ein ekliges TikTok gesehen. Pferde haben oft... Ich glaube an den Kniegelenken. Diese Chestnuts heißt das, glaube ich. Und die... Weiß ich nicht, warum mir mein TikTok das vorschlägt. Die pulen das dann ab. Das muss man irgendwie bei den Pferden machen. Und hier stand Horse Chestnut Extrakt dran. Und ich dachte... Hier ist... Hornhaut oder so drin. Ist aber vegan. Steht zumindest drauf. Deswegen will... Äh... Äh... So ein bisschen dafür da, um sonnengeschädigte Haut zu reparieren. Und ich trage zwar den ganzen Tag Lichtschutzfaktor 50, 50, 50, 50, 50 und immer wieder drauf. Aber ab und zu kommt es halt doch irgendwie mal ein bisschen durch. Und damit sich die Haut schneller regeneriert, ist Matrixil immer ganz gut. Hier ist auch noch Vitamin C mit drin. Mache ich meistens abends. Und ich muss echt sagen, Liza Jones ist wahrscheinlich die kleine Schwester von Sabrina Rudnick und Alvira. Aber ich liebe die Familie. Hier haben wir noch ein Protecting Serum mit goldenem Seegras Extrakt und grünem Tee Extrakt. Auch das sah spannend aus. Auch das ist vegan. Soll die Haut so ein bisschen schützen und beruhigen mit Seetang. Morgens und abends auftragen, um die Hydrierung zu verbessern. Okay. Keine Ahnung. Vielleicht machen wir mal so einen First Impression Skincare. Da müsst ihr mir mal helfen jetzt. Ich hoffe, das Video seht ihr wahrscheinlich nicht mehr. Ich frage euch bei Instagram. Kim Kardashian bringt eine Skincare Linie raus. SKKN oder Skin. Kostet 630 Dollar. Irgendwas in meinem verrückten Kopf sagt mir, kauf es. Kauf es. Kauf es. Teste es. Mach ein Video draus. Du kannst es rechtfertigen für ein Video. Auf der anderen Seite. Are you kidding me? 630 Euro. Was ist da drin? Was ist da drin? Dann habe ich hier noch die Knoblauchsoße mitgenommen. Die schmeckt tatsächlich gar nicht so gut. Deswegen habe ich davon auch nur zwei mitgenommen. Aber eigentlich war Quatsch gewesen, weil wir ziehen ja jetzt weg. Wir haben hier so einen leckeren Dönerstand. Und da ist immer so ein bisschen zu wenig Soße drauf. Aber es ist alles so lecker. Und da... Ja, ich bin so ein kleiner Soßenkasper. Dann haben wir hier noch einmal Vaseline. Ich habe tatsächlich in meinem Leben noch nie Vaseline gekauft. Ich wollte dieses Slugging ausprobieren. Das machst du abends, wenn du ganz viel Skincare drauf gemacht hast. Und dann schmierst du dich richtig voll mit Vaseline, dass das alles in deine Haut reingeht. Und am nächsten Tag siehst du aus wie zwölf. Keine Ahnung, ob es funktioniert. Was macht man denn noch so mit Vaseline? Und dann habe ich hier noch ein Nagel- und Cuticle-Oil von Max & More mitgenommen. Das ist mit Spinoza-Kernöl. Und ja, das ist halt für die trockene Haut. Ich will das echt in den Griff kriegen. Es riecht... Oh, es riecht toll. So ein bisschen zitrisch. Von Max & More probiere ich aus. Vielleicht finde ich dann irgendwann mal was Vernünftiges. Und vielleicht hilft es so ein bisschen mit meinen abgekasperten Nägeln da. Und zu guter Letzt habe ich hier noch die Mango-Stückchen. Und ready to eat. Ich finde, das ist halt immer eine recht gute Alternative zu Süßigkeiten. Obwohl die natürlich auch voll mit Zucker drin sind. Aber ich fühle mich dann einfach besser. Und das war mein Action-Hole. Ich habe halt sehr viele große Sachen gekauft. Für die Renovierung und so. Das ist alles im Auto geblieben. Aber ich hoffe, ihr habt so einen kleinen Einblick bekommen und hattet ein bisschen Spaß dabei. Schreibt mir gerne eure Meinung zu den Elisa-Jones-Produkten und den Max & More-Produkten in die Kommentare. Und dann würde ich vorschlagen, sehen wir uns ganz bald hier wieder, ihr Süßen. Tschüss!